Einerseits berücksichtigen, wie die Entscheidungen anderer auf mich wirken und auch wie ich eventuell durch meine Entscheidung nicht nur den anderen Leuten Gewinn beeinflusse, sondern auch deren Entscheidung beeinflusse. Das Lösungskonzept, was wir dann haben, unser Gleichgewicht, das ist nicht Marktgleichgewicht, Angebotgleich Nachfrage, das ist das sogenannte Nash-Gleichgewicht nach John Nash. Haben Sie mal in Beautiful Mind gesehen? Das war der Mensch, netter Typ, ein bisschen strange. Was denken Sie mich eigentlich? Sie haben mich gefragt, ob Sie das durften und ich habe Nein gesagt. Raus! Das ist unerhört! Ich gehe jetzt wieder auf den Führerwölkern. Damit hat man die Tage, dafür höre ich nicht auf die Stimme. Sie gehen jetzt sofort aus diesem Hörsaal raus. Sie auch. Sie haben mich gefragt. Ich habe gesagt, ich lasse das nicht zu. Sie machen hier keine Spielchen. Es ist verdammt schwer, vor 700 Leuten zu stehen und halbwegs kohärent zu reden. Und dann nervt es verdammt, wenn da oben eine Show gemacht wird und ich versuche mich zu konzentrieren, wenn ich aufpasse, was da oben für ein Scheiß passiert. Noch irgendjemand dabei und dann der perfekte RCD erst nochmal was von mir will, dann sage ich nicht nur auf Prinzip Nein, weil ich keine Parteiveranstaltung hier will, egal von welcher sie kommen, sondern ich sage auch Nein, weil ich dieses Gehaltens im Kotzen fände. Entschuldigung, wenn ich so ausbreche.